Hallo Freunde, herzlich willkommen zum 21. Dezember heute schon. Ja, die Zeit rennt wirklich. Wir haben Mittwoch, wir machen das 21. Türchen auf von unserem Adventskalender. Viel sind nicht mehr drin. Drei Türchen noch. Heute kommen das vorvorletzte Türchen. Das 21. Halten haben wir noch 22, 23 und 24. Das vorvorvorletzte. Also egal, ich mache es einfach auf und dann schauen wir, was drin ist, oder? 21. Da unten haben wir es. Okay, da ist was für ruhig. Oh, die nehme ich auf jeden Fall mit heute. Wir haben von Lindt. Mini Pralinen mit alles Liebe. So. Finde ich cool. Lindt ist eine richtig geile Schokolade. Kann ich nur empfehlen. Und da freue ich mich drauf. Steht sogar hier der Preis drauf. 3,29. Mal gucken, wie der Guss da denn in den Links hat. Es gibt übrigens bei dem Adventskalender so ein kleines Heftchen dabei. Da ist alles nochmal aufgeführt. Auch was in jedem Türchen drin ist, inklusive der Preise. Bin ich mal gespannt, ob der Preis stimmt. Ja, mache ich jetzt nicht auf, weil die nehme ich mit heute. Die werde ich mir gönnen auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Morgen zur Türchen Nummer 22. Und bis dahin, alles Gute, schönen Tag und macht's gut. Und bis dahin, alles Gute. Tages Instead. Bis zum nächsten Mal.